Liebt ihr euch eigentlich noch? Ja natürlich. Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr? Es gibt zwei Zustände im Leben. Bewusstlosigkeit oder Panik. Geiler Block, wie lange machst du den Job? Nice! Lomo, bist du da? Ich will, dass er es sofort löscht. Es gibt drei Millionen Blocks in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst benutzen überhaupt Blocks? Es ist mir scheißegal, das ist mein Privatleben. Mein Privatleben interessiert aber niemanden. Warum machst du es dir immer so schwer? Zeig du mir doch, wie es leicht geht. Hey Dings! Du bist bei mir in Deutsch. Findest du, ich rede zu viel? Findest du mich langweilig? Sei vorsichtig. Ich habe gehört, sie legt sich nicht gern auf Tücken fest. Lösch das sofort. Sie hat ein kleines Kunstwerk gesehen. Ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, was es für Konsequenzen haben kann. Ich glaube Karl wollte Doro nicht verletzen, er war einfach nur verliebt. Das Verunruhigende ist ja, dass wir gar nicht wissen können, wie er alles dieses Video besehen hat. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass du so richtig auf die Schnauze fliegst. Was redest du denn da? Ist keine Ecke. Sag mal was. Von euch wäre ich nichts. Und? Was dürfen wir das mal für dich tun? Zeig mich. Jetzt bin ich nach rechts. Hat er die Augen drückt? Unser Sohn hat das Video online gestellt. Das sind die Fakten! Ich scheiße! Auf die Fakten! Raus! Raus! Schön weiter geradeaus. Steil! Stop! Ist doch witzig. Spielt eure gestörten Spiele ohne dich? Hau ab oder ich hau dir aufs Maul. Hau ab! Karl? Lass die Scheiße! Kai, was geht mit dir ab? Checkst du dich wo du bist, Mann? Ja, mit Passport! Ach, jetzt wirst du nie dran.